Servus Leute, hier ist euer Fritz vom BV. Bevor wir mit dem heutigen Video loslegen, wollte ich nochmal bekräftigen, wie es sonst immer ist am Anfang von unseren Videos, dass das folgende Video rein zur Unterhaltung und eurem Vergnügen gedreht wurde. Bei den sich gezeigten Waffen handelt es sich um schussunfähige Softwaregewehre und ihr wisst, wir alle verfolgen keine radikale politische oder religiöse Ideologie. Wir wünschen euch viel Spaß bei dem heutigen Video. Euer Fritz, ade. Guten Tag und herzlich willkommen zu Ihrer zweiten Lehrsitzung unserer Airsoft-Tutorial-Reihe. In dem heutigen Video werde ich das allgegenwärtige Problem ansprechen, welches uns Airsoft-Spieler tagtäglich heim sucht. Das Nachfahren. Ihr kennt es doch. Ihr fahrt auf ein Software-Event, verbringt dort euren Tag und kommt erstmal total fertig mit dem Event nach Hause. Nach der Heimkehr wollt ihr euer aufgenommenes Material anschauen. Ah, das war cool. Da vorne waren 10, 50 Mann. Locker, locker. Alter, runter, mindestens. Ja, mindestens. So ein Freund ist noch einer. Ja, 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 ja. So viele Spieler waren zwar gar nicht an den Tag vertreten, aber nee, passt gut. War da, war da. Und dann fährt er Passau. Das Nachladen dauert viel zu lange. Und darüber geht es in der heutigen Lehrstunde. Und wir fangen auch gleich bei den einfachsten aller Waffensorten da draußen an, die AR-15-Reihe. Im ersten Clip zeigen wir euch den sogenannten Magazin. Damit ihr diese Variante erfolgreich ausführen könnt, wollt ihr nun auf diesen Knopf hier drücken, eure Airsoft-Waffe zügig zur Seite neigen und das frische Magazin nachführen. Achtet aber bitte darauf, dass sich keine Mitspieler in eurer unmittelbarer Nähe befinden. Kommen wir nun zum nächsten. Den hier nennen wir die Banane-Variante. Sehr leicht auszufüllen, so dass man schnell wieder im Einsatz ist. Aber bitte, vergesst eure Magazine nicht auf dem Feld. So, und ab jetzt übernimmt meine Kollegen Berle. In der zweiten Hälfte dieser Lehrsitzung werden wir uns die Michael-Kalaschen-Kopf-Modell-Reihe genauer anschauen. Legen wir los. Für diese Variante braucht ihr ein bisschen Übung. Zunächst müsst ihr die Lippe des Magazins an den Hebel zum Auswerfen drücken und nach Herausforderung des Lehrermagazins das frische Nachführen. Die nächste Variante wird den Gamer da draußen sehr bekannt vorkommen. Man greift beide Magazine mit einer Hand, wobei das frische Magazin etwas tiefer gegriffen werden muss. Danach betätigt ihr mit euren Daumen den Hebel zum Auswerfen und wechselt zügig das Magazin. Das war's erstmal von mir. Ab jetzt übernimmt wieder mein Kollege Fritz. Und damit wäre die zweite Lehrstunde beendet. Wir hoffen, Sie haben etwas lernen können. Ihre nächste Lehrsitzung erfolgt demnächst. Euer Fritz vom FV. Ade! Falls ihr die letzte Lehrsitzung verpasst habt, macht das nix. Klickt einfach auf den Link im Video, der euch zu unseren Edelnhofnamen bringt, welcher euch den ordnungsgemäßen Transport eurer ASGs zeigt. �. Deshalb. Vielen Dank.